Wir sind heute im Audi Forum Neckarsulm und die Rennsportfans, die beim Gewinnspiel der Halberner Stimme mitgemacht haben, dürfen sich heute über einen ganz besonderen Gast freuen. Audi-Werksfahrer Mike Rockenfeller ist zu Gast und beantwortet die Fragen der Leserinnen und Leser und der DTM-Champion des Jahres 2013 hat einiges zu erzählen aus seiner Karriere, jetzt vom letzten Rennwochenende am Nürburgring und er gibt auch schon einen Ausblick auf das Finale in Hockenheim. Ein paar Erinnerungsfotos und Autogramme an seinem Original-DTM-Rennwagen aus dem Jahr 2013, der hier im Forum ausgestellt ist, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja, Stimme TV begrüßt den DTM- und Audi-Werksfahrer Mike Rockenfeller hier in Neckarsulm, gerade beim Meet & Greet direkt vom Nürburgring gekommen. Mike, warst du überrascht, was die Leser alles wissen wollten? Ja und nein. Natürlich sind hier rund um Neckarsulm viele motorsportaffine Menschen und Fans und die kennen sich aus, also die wussten schon genau, was sie fragen und war schön, war eine gute Runde, war ein schöner Morgen, ein schöner Abschluss vom Rennwochenende, was bei mir leider nicht ganz so gut war, aber ich glaube, ja, wir konnten ein Stück weit ein paar Insider-Informationen weitergeben und einige sind auch in Hockenheim vor Ort beim Finale, das ist natürlich immer schön. Wir stehen hier an deinem Meisterauto von 2013, schöne Erinnerung, oder? Auf jeden Fall, ich habe das Auto jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen und ich bin ziemlich sicher, dass das wirklich das originale Auto ist, also kein Showcar und das ist schon schön, da kommen schon auch Erinnerungen hoch und man schaut sich die Details nochmal an, auch wenn es von 2013 ist, ja, hat sich viel getan seitdem, viel verändert und das war ganz interessant, selber nochmal einen Blick drauf zu werfen. Ja, euer aktuelles Auto, das war das Auto, das es zu schlagen galt in diesem Jahr, der René hat es jetzt geschafft mit dem Titel, du hast immer wieder auch gut vorne mitgemischt, so ein bisschen hat es gefehlt und ab und zu auch Pech gehabt, wie fällt so dein Fazit jetzt so aus? Es geht ja noch nach Hockenheim, aber so das Zwischenfazit? Ja, man kann sagen, viel ist ja jetzt nicht mehr vor uns, nur noch Hockenheim. Ich glaube, Ups and Downs insgesamt konkurrenzfähig, aber nicht immer leider und nicht konstant genug und deswegen am Ende auch leider, ja, verdient da, wo wir sind. Klar, ich hatte auch drei technische Ausfälle, die nicht helfen in guten Positionen, wo viele Punkte verloren gehen. Das war aber zu erwarten, dass den einen oder anderen dieses Jahr treffen kann und auch der René hat das gehabt und ist trotzdem Meister, also da sieht man, wenn man konstant vorne ist, dass es geht. Wichtig war für uns, dass wir ein tolles Auto hatten. Wir hatten, glaube ich, als Team Audi eine geschlossene Leistung gezeigt. Alle Fahrer waren vorne mit dabei und konnten hier und da auch dem René dann mal helfen, wenn es nötig war und dementsprechend können wir, glaube ich, alle sehr zufrieden sein mit dem Jahr. Die Titel sind zwar vergeben, aber dürfen sich die Fans trotzdem jetzt nochmal auf Action freuen in Hockenheim? Absolut, ich glaube, das wird ein Mega-Rennen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es, weil die Titel schon vergeben sind, jeder nochmal einen tollen Abschluss hinlegen will, sei es bei uns intern, aber auch die anderen Jungs von BMW und Aston Martin. Also ich glaube, wir werden wirklich spektakuläre Rennen sehen. Wenn das Wetter mitspielt, können sich die Fans da auf etwas Besonderes freuen. Ja, und es mischen ja auch so ein paar Marken mit, die sonst gar nicht dabei sind. Was geht da dann jetzt noch ab mit den japanischen Herstellern? Ja, das ist ein absolutes Highlight noch, muss ich sagen, on top. Jenson Button kennt, glaube ich, kennt fast jeder, der im Motorsport-Affin ist, auf jeden Fall ist mit am Start. Wir haben drei japanische Hersteller, eben Honda, Nissan und Toyota, die mit dabei sind zum ersten Mal bei uns im Rennen mitmischen. Natürlich keine Punkte für die Meisterschaft kriegen, das macht ja keinen Sinn, aber die sind voll dabei, können auch da um den Sieg kämpfen. Und das gibt einen Vorgeschmack auf die hoffentlich glorreiche Zukunft der DTM, wenn wir eben mit den Japanern ein Reglement jetzt haben. Du gibst nochmal alles jetzt in Hockenheim, ist da nochmal ein Sieg zum Abschluss so das Ziel? Ja, zwei eigentlich. Dann viel Glück. Dankeschön.